Guten Tag, ich bin Temo, ich bin Trainer und ich gespielt fünf Stunden mit Valentina aus Deutschland. Valentina hat früher Tennis gespielt, aber ich glaube viele Jahre nicht gespielt und waren hier gekommen in Aldiana, hier nochmal Start und jetzt Valentina kann sagen was denken. Hallo, ja ich habe jetzt fünf Stunden hier gespielt, lange nicht gespielt und ich glaube nach fünf Stunden treffe ich wieder den Ball ganz gut, ich habe viel geübt, viel geschwitzt und viel gelernt, hat super viel Spaß gemacht, Timo ist sehr motivierend und fröhlich und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ja, hoffe ich, du auch kommst hier in Aldiana und wir spielen zusammen. Danke bin ich. Danke auch. Tschüss, bye, bye.